Nein, 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 nein. Ach man. Hast du jetzt mindestens den Vanille? Ja, den Vanille habe ich schon. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parkbound mit dem Kätzchen und Zahn-LP. Das bin ich. Du, wie interessiert dich das? Die gucken nur wegen der Katze zu. Ganz genau. Und die Marienerbäre. Ich mag diese Entwickler. Die bauen Erdbeeren ein. Nein. Das ist wichtig. Die Frage nur ist, ob das Erdbeeren werden sollen. Oder ob das eine Stachelbeere ist. Nein, natürlich sollen das Erdbeeren werden. Klatsch. Jetzt müssen wir den Weg zurück. Zurück aufs Pflisspuppereis. Ja, die kommen mit ihren Fachwörtern wieder an. Die war auch in jedem Schloss. Ja, weiß. Ich war schon da und da und da. So, Eis. Und mehr Eis. Noch mehr Eis. Oh, guck mal. Jetzt bewegt sich das Eis sogar. Hier ist doppelt hohes Eis. Das soll auch Vanille und Schoko darstellen, ne? Hoffentlich. Wisst ihr das? Ich kann ja nichts machen. Ich auch nicht. Ich will nicht zu dem Weg. Ich will nicht zu dem Eis sich bewegen, das Eis vor allem. Da hat man sofort gesehen. Zu viele Knöpfe auf einmal. Oh, hier ist das doppelt so hoch. Dadurch wackelt das natürlich stärker. Und dann kommt Triple. Drei Eisdinger auf einmal. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Erdbeereis bei. Ich liebe diese Wegler. Werde ich denen als Feedback schicken. Dass das Spiel geil ist wegen dem Erdbeereis. Und den Erdbeeren. Natürlich. Ach, One-Way-Teleport. Ja, ja, macht Sinn. Jetzt sind wir gleich wieder da. Das hätten sie überall einbauen können übrigens, ne? Ah, wie. Toll, jetzt runtergesprungen. Kannst du drangehen und klicken einmal, dann bist du hier. Das sind die Mini-Amerikaner. Und Milchshakes. Wie geil wäre Milchshakes. Na toll. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das auch so ist. Geh mal. Ich komme, ich komme, ich komme. Nein. So. Ja, ich fall trotzdem runter. Na gut. Geh zusammenkuchen. Ich befehle es dir. Schokotörtchen. Jetzt lass wieder auseinander gehen. Also wenn ihr Spiele machen wollt. So Games. Also mich habt ihr schon, wenn ich... Warum bin ich eine Kugel? Interessant. Mich habt ihr schon, wenn ihr so einen Candy-Bereich macht. Dann... Dann... Wie sofort. Ach. Hier einmal. Ach so, deswegen. Das sind... Starten und dann. Das sind Items. Ich wusste nicht, was Items sind. Jetzt habe ich so ein braunes Schild. Das muss ich ändern. Bis nächstes Mal. Hui. Ja, das macht ihr denn das Recht. Ich habe das auf gelb gemacht. Deswegen habe ich hier so ein gelbes Schild. Ja, ja. Meine Güte. Habe ich Zeit? Nein, ne? Ich muss nur alle einsammeln. Ja, genau. Wenn echt hätte ich jetzt schon dreimal eine Runde gekotzt. Äh... Doch. Das Schlimme ist, du bist eingesperrt. Es bleibt da. So, jetzt aber. Oh, jetzt müssen wir auf dem Eis drauf. Mal gucken wir mal das hinkriegen. Oh, ja. Kriegen wir. Oh, durch den Donut. Durch den Donut. Geht nicht immer alle. Und hier hoch. Und wieder runter. Jetzt habe ich es bekommen. Challenge komplett. Ich warte mal nichts hier. Ja, ich dachte, wir brauchen noch ein bisschen. Ah, hier ist genau dieses One Way. Äh, das ist Two Way, ne? Hier bekommt man... Treasure Collective. Wolle ich da immer rüber, oder was? Warte, 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 warte. Geh mal zur Seite. Das haben sie aber auch gut gemacht. Das muss ich nicht loben, dass wir uns nicht gegenseitig wegkicken können, oder sowas. Ja, das wäre vor allem doof, wenn man vor das Spiel wäre so berühmt von einer Spielerzahl her, wie so ein Twelve oder sowas, ne? So ein Spiel mit tausenden von Spielern. Und die würden alle das gleiche Level hier machen. Dann stecken aber alle fest, keiner kann sich bewegen. Voll, stellt sich so richtig hin, so, so. Und dann, ja, jetzt möchte ich da rüber. Oh, und dann, zack, bis er hat es noch... Kommt einer von der Seite, genau. Dann haut dich da einfach aus die Bahn. Das ist ja voll doof. Hast du die jetzt? Nein. Ich hab noch nicht. Achso. Ja, du springst immer drüber, ne? Ich bin einfach drauf stehen geblieben. Wie geht das denn? Kann man irgendwie bleiben? Ein bisschen langsamer? Ja, natürlich, in eine andere Richtung einfach machen. Hm. Einfach nicht ganz so schnell, du musst nicht ganz so schnell darüber düsen. Habe ich erst auch gemacht, dann bin ich drüber geflogen. Nicht jetzt, sondern beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe. Ah, okay. Kein Wunder, dass es ja so schnell fertig war. Ja, aber man merkt, ich hab's nicht gespielt und er schon, also... Ja, ich musste ja einmal reingucken, ob's klappt und vor allem, wie's ist. Oh. Dann hier drauf. Der Flash steckt da fest, ja. Die Eistüche bin ich aber, die find ich voll schlimm, jetzt hier. Ja, ne? Wau, komm ich nicht drauf, ja. Ich fang mit der Vanilla an. Achso, die hab ich auch genommen, da bin ich rüber gelaufen von der einen Vanille zu der anderen. Ne. Das ist ein einzig nerviges Sinne. Ja, genau, das hat gerade manchmal auch noch nicht geklappt. Einfach hoch und dann kann man... Na, mit Speed geht das. So viel Speed braucht man gar nicht. Eigentlich brauchst du nur Gegenhauen. Hast du jetzt? Nein, das find ich voll schlimm. Hier machen wir einen Break. Das kann noch Ewigkeiten dauern. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Hast du jetzt mindestens den... Ja, den Vanilla hab ich schon. Okay. Eigentlich brauchst du ja echt nur nicht so weit weg, sondern wirklich einfach nur hier vorstehen. Ja, ich find die Steuerung aber nicht so... Das ist nicht mein... Du brauchst nicht viel Speed dafür. Jetzt. Wie so, ganz easy. Ach. Jetzt aber das Wichtigste. Der Donut Jump. Wo hast du den schon? Nein, den hab ich schon nicht. Aber den mach ich jetzt. Der ist Hammer. Hammer. Hammergain. Und dann hier hoch und runter und dann hast du eigentlich alle. Nein, 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 nein. Ich sag schon, ich verletzte durch jetzt. Tadaa. Jetzt habt ihr alle. So, dann hier gibt es noch One... Äh, nein, Two-Way Teleport. Na hier so ein Ding. Damit kommt es einmal rein und kannst die Kiste holen. Und dann sind wir fertig. Hä? So, warte, 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 warte. Jetzt. Warte. Oh mein Gott, es ist Rippen. Der Bear Shake. Was ist da los? Und dann Teleport nach Hause. Also wieder rausporten. Äh, ja. Alle Leute hatte ich noch gemacht. Gucken, ob wir das alles haben, ne? Wo sieht man das nochmal? Das ist da oben übrigens. Das müsstest du machen, das hier ist echt beschissen. Das hier. Nee, nein, nein. Erstmal, ich wollte gucken, wie habe ich alles habt. Aber wir verbauen die ganz fleißig immer an die Level, muss ich sagen. Weil das hier ist ja schon neu, das gab es nicht. Das da oben gab es übrigens auch nicht. Treasure Cover. Ah, da. Wir haben alles. Cakes Island ist komplett liegen. Das ist gut. Also fünf Stück. Da ist noch ein Kran. Das habe ich auch gemacht. Da ist das Problem, da lernt man die Fähigkeit kennen, die sich nicht mehr, also nicht mehr springen dürfen. Und blöd ist das denn? Ich habe übrigens ein Jetpack genommen gerade. Das schlacht da oben rum. Achso. Oh. Deswegen muss ich... Aber es erwarten uns viele, 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 viele coole Spiele. Also doch. Ja. Vor allem noch relativ viele coole Sachen. Da ist Cube Puzzle. Lane. Slime Factory. Wie geil ist das denn? Ich liebe Slimes. Ich muss sagen, die haben hier schon sehr, sehr viele Ideen. Das ist echt nice. Was ist das hier? Mini Bridges. Da brauche ich noch... Also um da reinzukommen, brauchen wir noch zwei... Sky Floor. Wenn das Bäume sind, dann sehen die richtig creepy aus, muss ich ehrlich sagen. Oh, was heißt wirklich? Wie, wo bist du denn? Hier. Aber das finde ich aber ein bisschen schade, dass man nicht vorher sieht, wie viele Sterne es und sowas gibt. Sondern erst hinterher, wenn du drin warst. Ach, da hinten bist du. Das... Hältst du jetzt, ja. Die hätten da so ein bisschen... Das sind so diese Bäume, die dir so im Eck gewachsen haben. Ja, die sind ein bisschen glücklich. Zirkus. Aber ehrlich. Hui. Schreckt mal. Hm. Also Ideen-mäßig und Dinger vor gut. Ich bin echt gespannt. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge dann jetzt erst mal. Sieht aus wie eine Bombe. Äh, ich meine. Ey, das ist eine Kiste. Ich will da hin. Wo? Da oben. Nein. Verdammt. Nein. Wollen wir nicht jetzt am Kuchen? Ich hole mir jetzt den Jetpack. Das ist gut. Ja, wir holen jetzt den Jetpack und dann können wir das auch holen. Das zeigen wir noch. Also diese Folge zeigen wir das noch. Erst mal gucken, vielleicht gibt es hier noch mehr. Oh. Scheiße. Wenn wir schon mal im Tier sind. Nein. Muss da jetzt aber allerdings hinlaufen, weil springen wir jetzt nicht. Ja, du kannst mit dem den Gleiten. Ja, aber die Nippe. Das ist ja unendlich, ne? Jetpack. Ach so, unendlich. Ach, guck mal. Hier ist ein Speicher. Den nehme ich jetzt mal. Ja, das ist gut. Dann brauchen wir nicht mehr den ganzen Weg machen. Allerdings, wenn du jetzt runterfällst, musst du den Jetpack dann da hin wiederholen. Also eigentlich auch so. Pst. Gut. Pst. Halt dich mal auf. Wenn wir für die Treppe hier nehmen können. Die ist lockt. Ach, du musst 25 Thron haben. Oh. Deswegen. Und da erzählt dir mal was von. Hier, dass wir endlich wieder einen Frogger. Ja, das haben wir vorhin freigeschaltet. Ja, das Wasser ist tödlich. Das ist gemein. Ja, den Jetpack habe ich hier doch noch. Ich dachte, man muss das mal neu einsammeln. Starpeer ist hier noch. Das, was mich wirklich wundert ist, dass die mich die Sterne und sowas vorher angezeigt haben. Also wenn du hier drauf gehst, ne? Ja. Das wäre auch ein bisschen. Ja, so kann man, also so kommst du raus und siehst dann, oh, mir fehlt noch zwei oder mir fehlt nur eins. Ja, es geht auch. Also so schlimm ist es nicht. Du kannst sie aber sehen hier, glaube ich, im Treasuredinger, ne? Äh, was kann man sagen? Mal gucken. Einmal. Ah, den sieht man nicht bei den neuen Leveln. Man sieht das nur bei den, ah doch, du siehst immer ein Plateau, zwei Plateaus davor. Hm, okay. Hier fehlt uns ein. Beim Doppelpassager. Das machen wir gleich, aber das machen wir oft am besten. Ja, das Doppelpassage, das war ja dieses, wo wir einmal noch alles in 60 Sekunden schaffen. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ja, ich nicht. Ja. Na gut, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Parkbau. Ciao. Ciao.